auch es den ersten automaten der spieler kann ich noch machen ansonsten optimierung des kohlebaus noch nicht aber mal spieler vielleicht kann ich noch einen zweiten trupp rausschicken könnt ihr müsst noch ein klein bisschen durchhalten zwei drei tage dann kann ich anfangen endlos kohle ranzuschaffen könnte echt knapp werden beziehungsweise werden die leute mit dem kopf abreißen 156 okay das kriege ich wahrscheinlich nicht mehr hin 145 leute sind echt sauer da wird die fabrik noch nicht wo arbeiten die leute gerade schön ich finde es toll wenn die dinger nichts bringen abreißen abbreißen jetzt habe ich war kommt das heute nicht mehr auch noch Gucken wir mal, dass die so viele mögliche noch irgendwie rankriegen. Das ist gut. Die anderen... Gucken wir mal, dass er an Kohleran kommt. Habe ich jetzt das... Diese Knussels sind, habe ich. Ach, Fabrik mache ich gerade gut. Es ist halt irgendwie alles nicht so leicht. Toll. Das kann ich jetzt nicht ändern. Hm, es ist eh zu kalt. Ich habe fast genug. Das geht besser. Ja, 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 ich bin super schlecht. Macht Henner. Ich will jetzt erstmal nur den Scheiß Automaten und vielleicht noch die Speer. Das ist ja auch nicht schlecht. Kostet noch Holz. Vielleicht kriegt man es hin. Okay, Holz haben wir fast. Wenn ich den Automaton habe, der kann ja auch überall sammeln dann erstmal. Ja, ja, habe ich verstanden. Geht los! Zeit, dein Freund. Kohlenmine habe ich. Kann ich dann zur Not später noch anbringen? Ich stelle mal trotzdem. Ich stelle mal trotzdem. Ich stelle mal länger. Ich stelle malofaar. Ich stelle mal. Ich stelle mal vorbei. Ich stelle mal. Ich spelle es mal. Ich stelle mal. Das kann ich auch gerade nicht viel machen. Mir fehlt ein bisschen Kohle, mir fehlt ein bisschen Stahl. Ein bisschen viel Stahl. Und wenn ich rohstoffmäßig eine Sammelstelle gebaut hätte... Hier hätte eine Sammelstelle tatsächlich was gebracht. Ich muss ja nur kurz dazu bringen, dass sie mir viel mögen. Weicht wahrscheinlich nicht, oder? Ich hab echt gedacht, ich schaff's diesmal. Es sah auch gar nicht schlecht aus. Es ist so ein ganz knapper Grad, den man überwinden muss. Wenn man das geschafft hat, dann ist man auch über den Berg. Bierton, kriegt nicht. Guck mal, dass ich jetzt gleich am Anfang... die Speer mitmache. Vielleicht bringen die mir auch die nötigen Ressourcen, die ich noch brauche. Halt. Das machen wir diesmal gleich. Neue Sa law. Eine neue law hat übergelegt. Das machen wir nun mal. Ich will jetzt die Ergebnisse schieben. Schluss. Verlust die Arbeit, Leute. Die Wurstehung ist auf. ja das habe ich jetzt ein bisschen verkackt aber nur ein bisschen ich finde es gut dass die trotzdem krank werden obwohl die komfortablen bereich bereichen hier sind ich finde es doch dass ich nicht gleich dass ich sagen kann ich möchte erst das andere haben Zeit, zurück zu arbeiten! Wenn ich mich nicht aufs Sammelt verlassen, dann baue ich lieber gleich ein Sägewerk. Zeit, zurück zu arbeiten, Leute! Das funktioniert heute. Ah, ist nicht mal was. Ich kümmere mich drum. Ja, der Generalbild. Oh, ist halt die Presse. Danke, dass du es mir sagst, sobald die Erzung läuft. Ah, halt die Klappe. Mehr Arbeit. Mehr Arbeit. Mehr Arbeit. Mehr. 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 Get going! Time to earn your friend! Oh, die Industrie-Ruinen sind gleich da! Da kann doch alles Mögliche sein. Das könnte richtig, richtig lohnenswert werden. Ja, sorry, wir brauchen Kohle. Müsst ihr, dass wir noch mehr bräuchten? Star und Holz. Holz? Holz! End des Schiffes! Geh Rest Hall, Kahn! Okay, die ersten Titel werden schon wieder weg. Weg damit. Wo kommt da die Sanitätsstation hin? Ach ja, den sollte ich vielleicht mal anmachen. Ja. Okay, speichern wir mal zwischen. Ich bin mir angewendet, früher zu speichern, wo ich noch was ausrichten kann. Neue Krieg! Eine neue Krieg ist vorbei! Ich bin mir angewendet, wo ich noch was ausrichten kann. Ja, das ist wirklich. Ich bin mir nicht. Ich brauche einfach mal den Heizkörper mit. Der Arbeitsschiff stoppt! Ja, das ist wirklich. Ich bin mir nicht. 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 Wird gleich mal richtig, richtig hässlich! Da oben. Kohle passt noch ein bisschen. stahl und kohle geil zerstörte fahrzeuge das holen wir noch und dann gehen wir zurück mit den ganzen ressourcen weil 90 stahl 140 kohle damit kann ich schon richtig gut arbeiten und die stationen heute sollte ich auch noch direkt sterben das ist tot die reisbar da wieder nicht mal gut reisbar jetzt ob ich auf jeden fall gleich genug jetzt schon wieder nein ich habe immer wieder das wird noch ein bisschen dauern ein stahlwerk hier oben nicht oder doch da aber es ist genauso beschissen die leute werden trotzdem sterben lässt sich nicht vermeiden habe ich vergessen weiter zu machen ja geht ruhig drauf ein bisschen hilft es wahrscheinlich ich habe 14 lötig irgendwo einsetzen kann ein bisschen schlecht die situation ist er ja ja wo ist die reißbar dann doch gut schade sich zu funktionieren ja ich weiß dass das scheiß ding aus ist ja auch immer wieder zu sagen stahl und kohle gut lass uns zurückgehen das sind genau die ressourcen die ich beim letzten mal gebraucht hätte wie viel stahl hast du dabei 115 das ist echt cool mit der kohle kann ich auch arbeiten ja 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 das wird jetzt aber auch mal gearbeitet core muss ja kohle aus unrichtig tatsächlich wirklich es ist ja Arbeite. Wird noch mal richtig warm gleich. Ich muss mal gucken, dass ich das hier auf die Kette kriege gleich. Es wird bald richtig warm. Dann werden sie wieder zufrieden sein. So, das haben wir gleich. Los. Zeichenmaschinen, bitte. Wo geht eigentlich die Kohle hin? Warte, die Wärmesicht nochmal. Hier. Ah, das konnte ich auch hier machen. Los geht's. Weiter. Gut. Hinter. Auch keine Heizung. Gut. Braucht er. Kinder. Na? Ihr müsst helfen. Na? 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 Oh ja. Ja. Einige. So, ich kann nicht tun. aber gleich da geht doch das ist direkt wieder hoch gesprungen ist weißt du was, hört mal auf hier, ich brauch kein Holz vor allem jetzt aber auch mal aus ein klein bisschen noch dann brauche ich bloß noch das Holz und dann hätte ich eigentlich auch schon den ersten Automaten habe ich den Miner gepusht dann geht es auf jeden fall los, wenn wir das hinkriegen schön, das hat mir so angezeigt, aber es war es irgendwie nicht sobald wir den ersten Automaten haben, können ich hier mal richtig arbeiten, denke ich 22 wird langsam eng Stahl und Kohle, großer Krater war das ein Sägewerk? Frau Holz so ist mit langsam kritisch noch sechs Stunden wir könnten, wie produziert ihr am Tag? 4,2 ist ein bisschen knapp, aber wir könnten das tatsächlich schaffen gut gemacht Leute, jetzt kommen wir erstmal wieder die Leistung hier an also es ist jedenfalls die nächste ja dampf keinen verbrauch, klar ja dampf keinen verbrauch, klar das schaffen wir diesmal glaube ich fest daran, dass wir es hinkriegen einen Automaton zu bauen auf jeden fall steigen sehr 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 Jetzt wird's doch richtig fest wie gut einmal. Du wirst mal auch. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Dann auch keine weiteren... ...Arbeit jetzt mehr beschäftigen gleich. Nein, du bleibst bitte auf Stufe... ...ääh, Gloss aus. Die Zeit ist kommen. Geht her, Gloss aus. Die Zeit ist kommen. Gut, Herr Gloss aus. Hast du Kohle gefunden da? Äh, Holz? Nach Hause! Was macht hinne? Nachtvergehe ich schneller! Okay, ich mach das jetzt aus. Na? Darf ich auch? Los! Baut das scheiß Ding jetzt! Ja? Time to get to work! Ja? 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 Ja?